Wir fangen jetzt an hier mit der Pokalvergabe beim Race 1000 in Magdeburg. Wir fangen an mit der Klasse 3. Hier geht der dritte Platz an die Startnummer 3044 mit einer Topspeed von 264,03 kmh. Der Oliver Koch von seinem GT-R. Da ist er. Herzlichen Glückwunsch. Die Startnummer 91 und mit 265,06 kmh. Ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. an die Startnummer 2043 mit 283,52 kmh. Mit Wunsch. Ich glaube, das war der Mercedes. Das 2 geht an unseren Unglücksraben heute. Zegedorn Honda Integra mit 290,67 kmh. Mit Wunsch. Und der erste Platz in Klasse 2 geht an Timo Heimdorf Golf 2 V6 Turbo mit einer Geschwindigkeit von 293,36 kmh. Geil, Glückwunsch. So, es geht auch gleich weiter mit der schnellsten Klasse, mit Klasse 1 hier beim Race 1000 in Magdeburg. Hier geht der dritte Platz an die Startnummer 67, an Paul Schubeck. Kommt die Materialmord Alpha A18, R35 geht her. So, Platz 2 in der schnellsten Klasse. In Klasse 1 geht an die Startnummer 59 mit 312,15 kmh, der Hakan Hardys im Audi S2 Coupé. Platz 1 in Klasse 1 mit einem Topspeed von 315,26 kmh geht an die Marien E-Piles vom Team Materialmord. Glückwunsch. So, wir bedanken und verabschieden uns in dem Sinne. Kommt. So, wir bedanken. So, wir bedanken.